hallo liebe leute und willkommen zu dem kleinen video das ist einfach noch mal ein info video eine reminder für morgen dem 2.2.2019 wo wir ein splatoon turnier machen was der destructor organisiert hat ihr habt euch ihr habt glaube ich jetzt noch zeit aus anzuschreiben falls ihr es noch nicht habt morgen ist erst die deadline wenn mich nicht alles täuscht das heißt wer es ist jetzt noch nicht angemeldet haben sollte macht noch habt noch zeit bis irgendwann morgen und ja starten wir das turnier aus den vermorgen um also am 2.2 um 21 uhr ungefähr und die werden dann da auch im nachhinein noch ein fiebern zu den dritten zweiten weil der dritte zweite ist der geburtstag in anführungsstrichen von meinem youtube sender denn der getter drei jahre das muss man es auch mal geben so aus dem fall morgen zweiter zweiter nochmals erinnerung ab 21 uhr splatoon 2 turnier ich glaube da müssen einige angemeldet bei destructor ist freundlich und tierras drauf oder das turnier ich hoffe ihr auch und ich hoffe ihr seid dabei ja dann sage ich danke fürs hohes hauen macht's gut hoffentlich bis zum turnier morgen und ciao